Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Fortnite. Es sind wieder einige neue Informationen zu einem Live-Event aufgetaucht und diesmal nicht zum Haupt-Live-Event dieses Season. Also nicht das Ganze rund um The Agency mit dem Mida-Skin und dann mit dem Doomsday-Device, den ganzen Doomsday-Hedges, die mittlerweile ja auch angefangen haben zu leuchten hier rund um The Agency. Damit hat das Ganze diesmal nichts zu tun. Es wird allerdings auch noch ein paar Informationen am Ende des Videos zum Haupt-Live-Event dieses Season kommen. Allerdings haben wir auch ein ganz anderes Live-Event, das jetzt auf uns wartet. Dazu werde ich euch jetzt alle Informationen, die zumindest bisher bekannt sind. Und es kommen wirklich stündlich immer wieder neue Informationen. Es werden immer mehr Dateien in den Gamefiles entschlüsselt und deshalb kann das eigentlich nie wirklich aktuell sein, das Video. Deshalb kann ich jetzt eben halt wirklich nur zum Aufnahmezeitpunkt um 15 Uhr am Samstag die Informationen gerade liefern. Und ich werde euch allerdings, wenn irgendwelche wirklich extrem interessanten Neuigkeiten dazukommen, werde ich euch natürlich noch weitere Informationen liefern. Wenn euch solche Videos hier auf dem Kanal gefallen, könnt ihr natürlich gerne ein Abo dalassen. Dann helft mir auch auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. Und ihr könnt natürlich auch gerne die Sido bewerten, kommentieren und teilen. Und ihr könnt mir auch gerne vom Twitch-Kanal folgen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und es wurden gestern tatsächlich die ersten Sachen dazu bekannt. Und jetzt sind tatsächlich schon einige weitere Sachen bekannt. Und wenn man jetzt mal in den Himmel schaut, ist eigentlich ganz nice, dass es gerade tatsächlich die Nacht ist. Dann kann man nämlich dort so eine lila Kugel sehen, ganz weit hinten im Osten. Also wirklich, glaube ich, genau im Osten der Fortnite-Map. Ich bin ja auch relativ weit in der Mitte. Also müsste da hinten wahrscheinlich irgendwo dann diese Kugel hängen. Ist tatsächlich auch nur bisher ein 2D-Objekt da drin. Das heißt, wenn man da ranzoomt und da ein bisschen rumfliegt, dann kann man das tatsächlich, ja, hat es keine unterschiedlichen Seiten. Deshalb schaut es immer zu einem. Dazu habe ich auch nochmal einen genaueren Clip. Den werde ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Also das ist hier die Struktur. Und das Ganze wird wahrscheinlich etwas mit Travis Scott zu tun haben. Denn ich glaube, in irgendeinem der Videos von einem Travis Scott-Song ist irgendwas in diesem Thema drin. Hat, glaube ich, irgendetwas mit dem Astroworld-Album zu tun. Oder wie auch immer das genau heißt. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich höre keinen englischen Rap. Deshalb kann ich nur das sagen, was auf Twitter geschrieben wird. Wie gesagt, ich habe noch keinen einzigen Song von ihm gehört. Und deshalb kenne ich mich damit wirklich überhaupt nicht aus. Aber laut Twitter soll das eben halt aus irgendetwas bei Travis Scott sein. Und wir hatten ja auch am Anfang der Season oder am Ende der letzten Season schon ein Leak, wo Travis Scott tatsächlich in den Gamefiles war. Und beziehungsweise den hat irgendjemand geleakt und dann in der Lobby eben halt gezeigt. Und das Ganze hat sich jetzt anscheinend fortgeführt. Und wir haben jetzt tatsächlich festbeweise, dass es ziemlich sicher zu einem Konzert kommen wird. Und das sind jetzt so die ersten Teaser dazu. Also wirklich eigentlich nichts Spannendes. Diese Kugel soll eben halt nur der Teaser sein. Wir hatten, glaube ich, ja auch in der letzten Season, wo es das Star Wars Live-Event dann kam, hatten wir auch irgendein Schiff aus Star Wars im Himmel. Und das hat dann sozusagen auf das Live-Event hin geteasert. Und ich glaube, dieser Planet, so wie er in den ganzen, auf Twitter immer genannt wird, der soll auch anscheinend immer weiter in die Mitte der Fortnite-Map wandern, also immer näher zu uns rankommen. Konnte ich jetzt noch nicht ganz gut sehen. Allerdings, wie gesagt, soll das immer näher kommen. Und das ist nicht das Einzige, was daraufhin teasert. Wir hatten nämlich jetzt auch noch ein paar weitere Sachen, die in den Gamefiles entschlüsselt wurden. Die sind jetzt auch in verschiedensten Orten auf der Karte verteilt. Und zwar sind das Poster, die das Ganze ankünden sollen. Und die kann ich jetzt im Spiel etwas schwierig zeigen, beziehungsweise das, was da drauf ist, kann man im Spiel etwas schwierig erkennen. Denn deshalb zeige ich euch mal ein Bild, das aus den Gamefiles direkt stammt. Und das Ganze sieht so aus. Und hier sehen wir tatsächlich die Umrisse von Sweaty Sands. Wenn man das jetzt mal so vergleicht, hier unten diese Berge, da ist ja auch das ganze Wasser. Dann, wenn man mal hier auf die Fortnite-Map schaut, dann haben wir hier auch diesen einen Steg, der ja auch da drauf war. Dann haben wir hier diese Art Bucht, die hier im Prinzip entlang geht. Dann haben wir hier diese eine Insel und da die große Insel. Das passt also alles sehr, sehr gut zu diesem Bild. Und deshalb ist es sehr sicher, dass das Ganze in Sweaty Sands stattfinden wird. Und hier haben wir auch wieder so ein Planet, was eben halt dann auch wieder auf den Zusammenhang zwischen diesen beiden Leaks stammt. Oder darauf hinschließt zumindest. Und dann ist hier in der Mitte so eine Musiknote, was natürlich auch auf ein Konzert hindeutet. Und da Travis Scott so der einzige Musiker ist, der zur Zeit so in den Leaks steht, ist es eben mal sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ein Travis Scott Konzert wird. Wann wir es bekommen werden, wissen wir natürlich nicht. Kann sein, dass es irgendwann im Laufe dieser Woche kommen wird. Ich denke mal aber, dass es nächsten Samstag stattfinden wird, weil die meisten, also ich glaube, alle Live-Events haben tatsächlich bisher am Samstag stattgefunden. Außer natürlich das Schwarze Loch Live-Event. Das war aber auch etwas ganz anderes. Aber sonst, alle sind eigentlich immer am Samstag. Ich denke mal, da irgendwo so 18 bis 20 Uhr sollte das sein. Wie gesagt, wissen wir allerdings nicht. Das ist aber so die vermutete Zeit, wo das Ganze stattfinden wird. Und wie es so aussieht, wird das Ganze dann auch tatsächlich auf diesem Steg da vorne stattfinden. Dort wird dann wahrscheinlich eine Bühne aufgebaut, so wie es aussieht. Und ja, das Ganze wird dann dort wahrscheinlich ersetzt. Erstmal dieses Gebäude, beziehungsweise vielleicht ist auch dann einfach oben drauf auf diesem Softies-Laden die Bühne. Aber auf jeden Fall wird das Ganze hier auf der Bühne stattfinden. Und es gibt auch einen Limited-Time-Mode natürlich, der dazu gehört. Und das Ganze, beziehungsweise die Zone, die dieser Live-Mode hat, sieht dann so aus. Ist leider etwas der Pixel, deshalb relativ schwierig zu erkennen. Aber man kann trotzdem sehr gut erkennen, dass das Ganze mit dem Sturmauge wieder auf dem Steg von 20 Sands ist. Und generell die ganze Zone geht auch einmal rund um 20 Sands. Und das sollte wahrscheinlich wieder die Live-Event-Zone sein, wo man dann ähnlich schon wie beim Marshmallow-Event einfach nicht bauen kann, nicht nur Emotes machen kann, nicht schießen kann und so. Das heißt, ein rein friedlicher Emote, damit man sich das Konzert ganz einfach und entspannt anschauen kann. Ist eigentlich tatsächlich auch ein relativ guter Zeitpunkt, um so etwas zu machen. Da ja zur Zeit so oder so alle Live-Event, beziehungsweise alle Events im Real-Life abgesagt werden müssen wegen Corona. Und deshalb ist es immer relativ praktisch, wenn man so etwas dann einfach in Fortnite machen kann. Kann natürlich auch sein, dass sie das vielleicht ursprünglich gar nicht geplant hatten. Und dann das Ganze durch diese Leaks, die vielleicht alle nur gefaked waren, dann erst zu uns Rollen gekommen ist. Und die sich dann gedacht haben, jetzt mit Corona passt es auf jeden Fall, dass wir das Ganze jetzt reinbringen. Und dass die dann im Prinzip damit die Kooperation gemacht haben. Wir werden wahrscheinlich auch mit dem Live-Event dann Skins zu Travis Scott in den Itemshop bekommen. Genauso wahrscheinlich wie wieder Spitzhacke und alles. Wir haben ja zur Zeit auch durch Deadpool richtig viele Items. Das Ganze wird dann wahrscheinlich auch mit so einem ganzen Set wieder, was man natürlich als einzelne Items wahrscheinlich wieder kaufen kann. Und dann natürlich einmal als komplettes Set ein bisschen günstiger bekommen kann. Wird da wahrscheinlich ordentlich etwas in den Itemshop kommen. Wird allerdings wahrscheinlich keine lange Kooperation sein. Vielleicht wird es über ein Wochenende das Ganze drin sein. Ich denke aber nicht viel länger. Und so wie der Marshmallow Skint wird es dann wahrscheinlich über eine sehr, sehr lange Zeit danach nicht mehr in den Shop kommen. Das heißt, wenn man sich so etwas kauft, wird das etwas sehr, sehr Spezielles sein. Und es wurden auch mit dem Update diese Woche tatsächlich ein paar Sachen geleakt. Und zwar von einem Jerky-Live-Event. Das sieht man hier unten. Hier Game Athena. Athena ist einfach der Unterbegriff sozusagen für Battle Royale, der immerhin in den Gamefalls ist. Dann Sounds, Events. Und dann hier Jerky-Jerpy-Object-Loop-Cue. Das heißt, das Jerky-Objekt wird wahrscheinlich dieser Planet sein, wo wir mittlerweile tatsächlich auch einen Sound schon haben, der geleakt wurde. Den kann ich euch auch mal zeigen. Das Ganze hört sich so an. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Aber es ist eigentlich so eine klassische Musik eigentlich, was so auf Konzerte hindeutet. Und wird wahrscheinlich dann erscheinen, wenn man da raufzoomt später. Also wenn man auf diesem Planet einfach hinguckt, dann wird wahrscheinlich dieser Sound ertönen. Und der wird dann einfach abgespielt. Eben halt in der Loop. Wie es dieser Game-File-Text auch schon sagt. Dann haben wir auch hier noch einen zweiten. Und hier ist das dann wahrscheinlich das Ganze für diesen Planet. Hier steht ja Sky und dann Distant Object. Das heißt, dieses Object wird wahrscheinlich dann in den Game-Files so aussehen. Davon ist zumindest auszugehen. Und das Ganze ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Hinweis darauf, dass wir das erhalten werden. Und ich denke mal, in den nächsten Tagen werden immer mehr Sachen dazu auftauchen. Und dieser Planet wird dann im Prinzip immer näher kommen. Wahrscheinlich wird immer mehr entschlüsselt werden. Wie gesagt, bisher konnte das keine liegen, da das alles verschlüsselt war. Und man dann eben halt nur vermuten konnte, womit das zusammenhängt. Allerdings war das eben halt, wie gesagt, nicht wirklich schlüssig so. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Auch wenn ich jetzt, wie gesagt, Travis Scott nicht unbedingt feiere. Oder generell amerikanischen Rap nicht unbedingt feiere. Ja, aber trotzdem, Live-Event ist immer nice. Kann man sich auf jeden Fall darauf freuen. Dann hatte ich ja auch am Anfang noch gesagt, dass ein paar neue Sachen zu dem Live-Event, dem Haupt-Live-Event dieser Season kommen. Und zwar bei der Agency. Die soll ja demnächst zu Shadow wechseln. Zurzeit ist ja immer noch Ghost. Allerdings ist da jetzt nochmal ein weiteres Bild aufgetaucht, wo wir hier ganz groß das Shadow-Logo und die Shadow-Fahne sehen. Das Ganze ist im Prinzip der Blick, wenn wir vorne bei der Agency dort drauf gucken. Das heißt, es wird sehr, sehr sicher sein, dass die Agency zu Shadow wandelt. Und damit wird eigentlich auch bestätigt sein, dass wir uns das nicht aussuchen können, zu welcher Seite die ganzen Skins wechseln. Denn das hat wahrscheinlich einfach Epic Games in der Hand, bzw. Epic Games hat vielleicht im Vorhinein abgefragt, so ein bisschen rumgeschaut. Ja, was ist denn beliebter? Aber es wird auf jeden Fall nicht mit richtigen Werten ingame zusammenhängen. Denn dort haben die ganz, ganz sicher schon geplant, dass die Agency zu Shadow wechseln wird. Und vielleicht hat dann auch Midas irgendwann einfach satt, ja, für eine gute Seite zu arbeiten und will das sicher mit, also mit diesem Midas-Touch verwandelt er ja alles in Gold. Und will es dann vielleicht mit dem Doomsday-Device irgendwie davon befreien oder so. Und wechselt dann irgendwie zu Shadow. Und die Ingenieurin, die ja auch in den Gamefalls ist und dort im Raum von Midas steht, die ist ja tatsächlich, gehört ja auch tatsächlich zu Shadow. Also, ich glaube, die hat irgendwo ein Tattoo auf dem Arm, wo das Shadow-Symbol drauf ist. Das heißt, sehr, sehr sicher, dass das Ganze mit Shadow zusammenhängen wird. Ich kann es euch jetzt auch nochmal ganz kurz im Game zeigen. Und dort hinten steht ja auch das kleine Bild von der Ingenieurin, so wie sie in den Gamefalls heißt. Und die hat, wie gesagt, einfach das Shadow-Zeichen drauf. Und das war es eigentlich soweit zu den ganzen Infos, die jetzt zu den kommenden Live-Events bekannt sind. Diese Woche kommt ja auch nochmal ein neues Update raus. Ich glaube, 12.41 wird es. Das heißt, auch eine neue, also eine neue kleine Versionsnummer. Allerdings ist es dann eben halt nicht nur ein reiner Bugfix, ein reiner Bugfix-Patch, wie es letzte Woche war. Da hatten wir ja wirklich nur, nur Bugfixes und so. Und gar keine neuen Sachen, die drin waren. Deshalb denke ich mal, dort werden die ganzen genaueren Files zu dem Konzert dann reinkommen. Und ansonsten natürlich auch alles noch zum Doomsday-Live-Event, was dort alles erweitert wird. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nachher im Stream vielleicht nochmal wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao.